Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man den Fritzbox WLAN Repeater 1750e eigentlich wieder richtig zurücksetzen kann, wenn die Verbindung zum Router zum Beispiel nicht mehr richtig funktioniert. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal muss ich meinen Verstärker in eine Steckdose hineingeben und dann so lange warten, bis meine Power LED hier durchgehend leuchtet. Wenn sie jetzt noch blinkt, dann wird das Ganze erst einmal gestartet bzw. auch noch eine Firmware aktualisiert. Beim Power leuchtet es durchgehend, das andere ist wirklich erst einmal egal und jetzt muss ich die WPS-Taste hier für ungefähr 15 Sekunden lang drücken, bis wirklich alle Leuchten hier unten komplett verrückt spielen. Wir sehen, alle Leuchten hier blinken auf einmal wild durcheinander und jetzt wird der Repeater nämlich automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgestellt, was einfach einige Minuten dauern kann. Es hat aufgehört zu blinken, weswegen sich der Verstärker jetzt wieder auf den Werkseinstellungen befindet und nun kann ich das Ganze mit meinem Router erneut verbinden. Hierzu habe ich übrigens auch schon ein extra Video gemacht. Wenn du dir jetzt übrigens den derzeit besten Router am Markt oder auch einen weiteren WLAN-Repeater hier für zu Hause zulegen möchtest, um einfach optimales WLAN daheim zu haben, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste, weil das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra dein Geschäft hier verfahren. Wenn du dir als eins von diesen Notessilen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank.